Luchs der Elemente what the fuck es geht hier abde- So Leute hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute jetzt von mir von PNT Gaming Wie bereits gesagt ich habe noch ein Hextech Opening gemacht und mach es jetzt Ich habe wieder 20 Boxen die wir natürlich jetzt gleich wieder öffnen werden Und ich bin mal gespannt ob wir 2 Games noch bekommen wir haben 8 Games Schaffen wir es uns heute Hextech Annie zu holen Ich würde sagen wir legen einfach mal los Ich mache Step by Step lieber Zombie Brand okay also ich glaube es ist ein guter Skin Ich weiß gar nicht mehr wie der aussieht So aber immerhin Skin ist Skin Ja 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 Ah Okay Nein Nächster Fresh okay Gut Alter Was ist das für eine Scheiße man Klingen Herren Morgana what the fuck Gut der ist nicht allzu bad Händert aber nichts daran dass wir noch 15 Boxen haben und noch nicht einen Gamestone bekommen haben Äh Einen möchte ich schon haben mindestens Ja so alter Egal weiter Kassadin Alter ich kriege nur noch Champions jetzt Einer fehlt noch Ein fucking Game fehlt noch Und dann habe Hextech Annie Weil So Steel Wayne besitzen wir ja bereits Ich habe die ja schon mal bekommen Oder ehrlich gesagt auch mit Games geholt Verneckte Kartus okay Im einen habe ich einen Kartus Skin Warum nicht Den welche ich habe der sieht nicht schön aus Gucken wir Öffnen wir weiter Die haben noch neun Stück Jetzt wird geöffnet Riot Kyle Gut Riot Kyle habe ich auch schon Egal Ist aber trotzdem eigentlich ein ganz schöner Skin So Öffnen wir weiter Lux der Elemente What the fuck Es geht hier ab Digga Aber ich habe sie schon Ich habe diesen Skin schon Boah Digga Also Das ist Das ist Ne Das ist H Baseboard Na ja gut Komm Hextech Annie Gib mir Ein Game Sechs Kisten Ein Game Schneetag Gut Warum nicht Ich habe keinen Malte Skin Der könnte sich ganz gut Gut tun Oh 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 my god Oh my god Oh my god Oh Ist das jetzt Ist das jetzt der letzte Game Stone Ist das der letzte Game Stone Wir haben Hextech Annie Aula Kui Dega Alter Nice man Nice man Schwarz Alter Dega Was ist What the fuck Ist das für ein Opening Alter Hat die Dusche sich echt gelohnt Glaube ich Alter Wenn ich jetzt noch irgendwie Hextech Annie Oder sowas bekomme Den Bieter Malzah Okay Und die letzte Kiste Gucken wir was wir noch da drin haben Herzbube Twisted Fate Habe ich schon Haben wir den letzten Bekommen Gut Nichtsdestotrotz Wir Umwandeln Ich hab den sogar Welcher sieht wohl besser aus Verneckte Karte Habe ich nicht noch einen Karte Nein Gut machen wir mal es weg Malzahmol zwei Skins Alter Really Aua Oh mein Aula Kui So Umwandeln Ari Komm Right Kyle Habe ich schon Vielleicht kriegen wir ja nochmal irgendwas Gutes Na Serienkasse Okay Gut Ich mach mal weg Ich mach mal weg Gucken wir Gucken wir Gucken wir Eis Hockey Jax Okay gut Warum nicht Ist an sich ja Nicht schlechter Skin von Jax Keine Frage Aktivierbar im Besitz Im Besitz Aktivierbar Wer ist denn das Ist das Nasus Weltbrecher Nasus Eigentlich Den hebe ich mir vermutlich auf Dich Und dich Und Drachen Zema Tristana What the fuck Alter Was geht hier ab Och du Scheiße Also Ähm Das war natürlich Mega geiles Sextech Opening Ähm Gut Die lassen wir Die möchte ich natürlich Eventuell noch Ähm Ausbauen So Aber Aber Boah Was holen wir Die Sache Sie spielen momentan Viel Aini Das heißt Eigentlich müsste ich mir Ja Aini holen Hextechsäk Aini Wie haben sie Wir haben Hextech Aini So ich würde sagen Wir machen erstmal Grüße Selfie Ja Mal Dank So Selfie gemacht Und ich würde sagen Geil La shit Also Wir Haben Einfach Mal Hextech Aini Bekommen Oder Er sagt Gekriegt So Siloway Haben wir bereits Den haben wir uns Damals schon geholt Ich weiß nicht Diese Packs Sie wir Spiele ich ganz selten Daraus Spiele ich auch nie Hacker Hab ich noch nie In meinem Leben Gespielt Aini Beste Wahl Überhaupt Ich bin mega glücklich Über dieses Opening Ich würde sagen Ich bedanke mich erstmal Fürs Zuschauen Ich würde sagen Wir sehen uns Beim nächsten Video Und Hallo Tschüss Ciao Ciao